50, 74, 90, 2010, stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Ball Werden wir im Meister sein Hey! Schmick am Finger Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Natürlich darf zur Weltmeisterschaft ein, ja, WM-Video nicht fehlen Ich habe schon ein Original-Trikot von, ja, dieser WM mit meinem Namen drauf Bin ich auch sehr stolz drauf Und hab mich natürlich schon etwas geschminkt Wie ihr sehen könnt Ja, und wie man noch sieht, bin ich für Deutschland bei dieser WM Ich bin allgemein jetzt nicht so der Fußballprofi Also Bundesliga oder so schaue ich nicht Aber doch EM und WM sind für mich ganz, ganz, ganz aufregende Zeiten Und ich denke, da spreche ich für viele, dass sich das doch sehr viele auch anschauen und mitfiebern Ich gehöre auf jeden Fall dazu und hab mir gedacht, dass ich einfach, ja, ein paar entspannte Trigger zur Fußball-Weltmeisterschaft herbringe Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, für welches, ja, für wen ihr bei dieser Weltmeisterschaft seid Das würde mich natürlich sehr interessieren Es gibt natürlich auch viele, die nicht für Deutschland sind Ja, und ich habe mir so einige Kleinigkeiten geholt für dieses Video Und ich freue mich, ja, mega, euch das zu zeigen Und, ja, ich würde sagen, ich fange einfach an mit dem ersten Trigger Und zwar ist dies hier ein Genicklicht Was wir jetzt einfach mal zusammen ausprobieren werden Ups, ich hoffe, das war nicht zu laut Da, es leuchtet schon Oh, wie cool Very cool Спасибо Ich ba一次 Ich saue diese Wir müssen heute unununfalten Ich eb, was wir ben hier Wir müssen hinten Sache den Wir haben Verdachte Und Ich bin und Ich kann Entsch�� Das Ichそうそう Und ich finde, man muss jetzt auch kein Fußballprofi sein, um sowas gerne zu mögen oder zu gucken. Ich habe auch schon oft gehört, ja, die Leute, die WM und EM dann immer ein auf den tun, dass die voll die Fußballfans sind. Aber bei der Bundesliga zum Beispiel gar keine Ahnung haben, warum muss man Bundesliga schauen, um WM zu mögen oder um, ja, mitfiebern zu dürfen. Hier geht es um unser Land. Das Land wird repräsentiert und ich denke, das ist, ja, totaler Schwachsinn, so eine Aussage. Aber sieht ja auch jeder anders. Ich bin einfach nur super, 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 super glücklich, dass aktuell jetzt, ja, die Weltmeisterschaft ist. Wobei ich mich auf diese Wufuselers nicht so freue, die sind immer so laut. Ja, kommen wir auch schon zum Zweiten. Da habe ich, oh, ich bin ja was doof, die Becher sind grün. Toll, dann machen wir mal weiter mit dem Hut. Oh nein, hier steht, on, off. Kann der was? Ich glaube, der kann was. Ich will jetzt nicht draufdrücken. Ja, der kann was. Das ist bestimmt richtig laut, wenn es geht. Hier sind überall so kleine Paletten drauf. Soll ich ihn mal aufsetzen? Wie das aussieht. Lul. Es ist natürlich jetzt ein bisschen loof, dass die anderen Sachen grün sind. Ups. 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 Ich versuch mal was. Ups. 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 81 ds. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich hier noch die Becher stehen und die anderen Sachen, aber die sind alle grün. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber egal. Das war's für heute. 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 So, ihr Lieben, ich würde sagen, weiter fiebern und ich wünsche euch eine wundervolle WM-Zeit. Und bis dann.